Du, ähm, seit heute Morgen verändert sich meine Stimme andauernd. Ist dir das aufgefallen? Das ist ja ein Ding! Oh, du klingst aber bezaubernd heute. Danke. Ähm, hier hast du den Getränkeschlüssel zurück, falls jemand fragt. Bitte schön, hier. Den Schlüssel kannst du jetzt... Oh, jetzt ist meine Stimme wieder ganz normal. Obwohl, ein bisschen anders klinge ich ja schon. Hab sicher viel gesoffen gestern. Du bist ja jetzt bereits zum fünften Mal beim IHW. Und du weißt immer noch nicht, wie das hier läuft. Ich sag's dir jetzt zum letzten Mal. Geh zurück zum Synchro-Workshop. Kapier's endlich! Und dann bist du wieder voll normal, du Bohne. Mr. Harris, look for my slum.